Herzlich Willkommen Leute, heute das Video zum Thema, sind Veganer die besseren Menschen? Und die Antwort darauf lautet natürlich, ja, Veganer sind die besseren Menschen. Veganer werden immer darauf angesprochen und da gefragt, ja denkst du bist der bessere Mensch? Ja, denkt ihr, ihr seid bessere Menschen? Ja, warum sagt man das denn wohl? Ja, warum sagt man zu einem Raucher, Raucher? Weil er raucht. Warum sagt man zu einem Alkoholiker, Alkoholiker? Weil er Alkohol trinkt vielleicht. Ja, und warum sagt man zu Veganern immer irgendwas mit, ihr denkt, ihr seid bessere Menschen, besserer Mensch und so. Woher kommt das? Weil ganz genau jeder weiß, dass Veganer die besseren Menschen sind. Ja, deswegen verbindet das auch jeder immer direkt damit und sagt, ja, du denkst, du bist ein besserer Mensch. Ja, wie kommt man denn auf sowas? Ja, weil du ganz genau weißt, dass er ein besserer Mensch ist. Deswegen fragst du ihn das, ne? Und ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, wo das Problem ist mit diesem, sind Veganer die besseren Menschen? Und allgemein, du denkst, du bist ein besserer Mensch. Wo ist das Problem daran, wenn jemand ein besserer Mensch ist? Ja, das erschließt sich mir so überhaupt nicht. Es gibt bestimmt 100 Millionen Menschen auf diesem Planeten, die besseren Menschen sind als ich. Ja, wo ist das Problem? Wenn jetzt, nehmen wir ein Beispiel, ein Veganer, der jetzt rausgeht auf die Straße und für Tierschutz kämpft, also ein Aktivist, dann ist diese Person ein besserer Mensch als ich. Ja, weil der noch mehr für die Tiere tut. Und wo ist jetzt das Problem damit, dass er ein besserer Mensch ist als ich? Verstehe ich nicht. Ja, ist das irgend so ein, haben die Leute irgend so Ego-Probleme? Kann das sein? So, oh, ein besserer Mensch als ich, der soll aber nicht besser sein, ja? Der soll schlechter sein vielleicht. Das ist wieder diese Mentalität, ne? Die viele Menschen haben. Du siehst jemanden im Porsche und ein guter Mensch, ein positiver Mensch, oder fangen wir an mit dem negativen Mensch. Ein negativer Mensch sagt, ja, was ist das denn für einer? Du bist ein dies und das, ne? Und dies und warum hast du so ein Auto? Solltest du nicht haben? Hoffentlich fährst du gegen einen Baum und so. Wie nennt man das nochmal? Ja, diese Mentalität, die man hat. Und dann gibt es die anderen Menschen, die positiven Menschen, die etwas Gutes wollen, die anderen etwas Gutes wollen. So wie mich zum Beispiel. Ich sehe einen Typen in einem Ferrari zum Beispiel und sage, wow, was für eine geile Karre. Ja, der hat es geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Voll der geile Wagen. Ja, immer das Positive, immer das Gute. Warum würde ich irgendwas Schlechtes dem wünschen? Warum? Was hat er mir getan? Ich kenne den nicht. Ja, warum irgendwas Schlechtes? Warum? Woher kommt diese Negativität? Ja, und das ist auch genau die Sache bei guter Mensch Mensch oder weniger guter Mensch. Ja, wo ist das Problem daran, dass Menschen besser sind als man selbst? Ich hoffe, dass so viele Menschen wie möglich besser sind als ich, weil wenn die besser sind als ich, dann tun die ja noch mehr Gutes als ich, verstehst du? Und hoffentlich gibt es dann noch bessere Menschen und je mehr bessere Menschen es gibt als mich, wenn ich mir vorstelle, jeder wäre besser als ich, naja, dann wären wir schon gut dabei, sage ich mal. Ja, dann würde sich sehr viel auf der Welt ändern. Verstehst du? Deswegen will ich, dass andere Menschen besser sind als ich. Das ist doch eine gute Sache. Ja, und dass Veganer bessere Menschen sind, das ist einfach absolute Logik. Ja, und ich zeige euch hier auch mal, weil ich habe schon mal darüber gesprochen, über wofür steht Veganismus, ja, warum sind Veganer die besseren Menschen? Die sind die besseren Menschen, weil die für Gutes kämpfen, ja, diese ganzen Punkte hier zum Beispiel. Jemand, wenn wir uns einfach jetzt mal anschauen, zweimal dieselbe Person, wieder dieses Paralleluniversum Beispiel, ja, zwei Personen leben das gleiche Leben im Paralleluniversum und eine Person isst Tierprodukte und eine Person isst Veganer und die leben dasselbe Leben, ja, und die Person, die Tierprodukte isst, die isst ein schlechterer Mensch als die Person, die keine Tierprodukte isst, oder? Das ist ja wohl ganz klar und ganz logisch und das muss man doch niemandem erklären, das ist doch absolut offensichtlich. Ich bin jetzt ein besserer Mensch, als ich vor meiner veganen Zeit war, ja, da war ich ein schlechterer Mensch, jetzt bin ich ein besserer Mensch, okay, das ist doch ganz klar und offensichtlich. Und deswegen sind Veganer natürlich die besseren Menschen, weil sie aufhören, den Planeten zu ruinieren, weil sie aufhören, ihre Kinder zu vergiften, ihre Eltern zu vergiften, Leute in ihrer Umgebung zu vergiften und sie retten die Tiere, sie verursachen kein Tierleid mehr und so, ja, wie das hier alles auf der Liste steht. Okay, deswegen sind sie natürlich bessere Menschen, okay, und das ist wirklich, da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren oder so. Die andere Sache ist aber, sind Veganer gute Menschen? Die Antwort darauf lautet, nein, nicht unbedingt, ja, also nur weil du Veganer bist, bedeutet das nicht, dass du ein guter Mensch bist. Du kannst auch ein Veganer sein und irgendwie rausgehen und Leute schlagen und bespucken und Hate verbreiten, im Internet zum Beispiel irgendeinen Hate verbreiten, ja, irgendwas Schlechtes machen oder so und ein schlechter Mensch sein. Kann ja absolut sein, aber du bist Veganer, machst aber Schlechtes. Deswegen, Veganer zu sein bedeutet nicht automatisch, man ist ein guter Mensch, aber man ist ganz definitiv ein besserer Mensch, als man vorher war, ja, bevor man Veganer geworden ist. Von daher, Leute, das ist meine Meinung dazu, ja, sind Veganer die besseren Menschen? Ja, natürlich sind sie die besseren Menschen, weil die bessere Sachen machen, ja, und von daher, Leute, schreibt mal eure Meinung dazu, was ihr drüber denkt, würde mich interessieren und teilt das Video mit euren Freunden. Wir sehen uns das nächste Mal und vielen Dank fürs Zuschauen. Peace.